Wir sind an der Karolinenbucht bei Agilas, machen eine Wanderung, sind in der Stadt, besuchen den Karneval und fahren dann zum Ver- und Entsorgen zur Tankstelle Anibal. Das Ende ist am Wohrenmarkt. Hallo und willkommen. Ich bin Freisteiheidi. Heute fahren wir an die Karolinenbucht in der Nähe von Agilas. Die Anfahrt ist ganz einfach. Die Bucht liegt etwas abseits und ist sehr ruhig. Bei uns Campern sehr beliebt. Hier eine Übersicht. Jeden Morgen kommt der Bäcker und bringt uns frische Backwaren. Ein paar hundert Meter weiter ist der Palmenstrand. Auch hier lässt es sich gut leben. In der Nähe von Agilas Es geht die Straße weiter bis fast in den nächsten Ort. Im Hintergrund Agilas in etwa 4 bis 5 Kilometer Entfernung. Es gibt einen schönen markierten Wanderweg an der Steilküste und am herrlichen feinen Sandstrand. Wir kommen in die Stadt. Wir kommen in die Stadt. Ich bin in die Stadt. Wir kommen in die Stadt. Wir kommen in die Stadt. Hier sind wir an dem herrlichen Sandstrand mit Promenade und Gastronomie in Toplage. In dem zweiten Stadtteil sind wir am Hafen. Ein kleiner Yachthaven. Ein Park. Hier kann man auch gut sitzen und es gibt leckere Tapas. Der Strand ist etwas schmal ausgefallen. Aber 1a Sandqualität. Über den Dächern von Agilas. Oft trifft man in dieser Stadt auf Kunst. Wasser, Springbrunnen und grüne Parks gehören zum Alltag. Ein kleiner Platz zum Entspannen in der Stadt. Es gibt viele geschmackvoll bunt bemalte Treppen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Der zentrale Platz an der Hauptstraße. Auch gibt es Selbstbedienungswaschmaschinen. Die Vorbereitungen für den Karnevalumzug beginnen schon einige Tage vor dem bunten Treiben und sind mit viel Arbeit verbunden. Die Vorbereitungen für den Karnevalumzug. 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 Milas, es un pueblo de artistas. Discutemos de lo que tenemos. Desde la Peña de la Chaveta, gracias. ¡Gracias! Wir fahren zu Anibal. Eine Tankstelle. Fähr- und Entsorgung. Fahrzeugwäsche mit Bühne. Gasflaschentausch. Gastankstelle. Waschmaschine und Trockner. Stellplatz. Alles, was wir Campergut brauchen können. Wir fahren weiter zum Wohrenmarkt. Wir nehmen die Stadtumfahrung. Richtung Autobahn Lorca. Jetzt fahren wir Richtung Hafen Calabadena. Links vor uns findet jeden Sonntag der Markt statt. Danke für den Besuch. Ich hoffe, es hat gefallen. Adios. Goodbye. Gude. Gude. La Formulant. Gude. Gude. Gude.